Gemeinsam möchten wir mehr über die ethischen Implikationen von KI in der Medizin und im Gesundheitsbereich erfahren. Wir wollen von und mit ExpertInnen lernen, was die Zukunft der Gesundheitsbranche an ethischen Implikationen bereithält. Wie gehen wir mit Patientendaten um? Wer hat im Dreiecksverhältnis zwischen Mensch, Patient und Maschine am Ende die Entscheidungsmacht bei der Behandlung? Schließt euch uns an. Wir wollen gemeinsam das Terrain zwischen technologischem Fortschritt, damit zusammenhängenden medizinischen Optimierungspotenzialen, rechtlichen und ethischen Fragen navigieren und von ExpertInnen lernen, welche Entscheidungen in der Zukunft im Gesundheitswesen getroffen werden müssen. Vielen Dank.